Christoph Horus Celarius war ab 1693 Professor für Rhetorik und Geschichte an der neu gegründeten Friedrichs-Universität in Halle. Er förderte durch seine Veröffentlichungen nicht nur die lateinische Sprachwissenschaft, sondern auch die Geografie, Altertumskunde und Geschichtswissenschaft. Mit seiner dreibändigen Historia Universalis machte er die Einteilung der Geschichtswissenschaft in alte, mittelalterliche und neue Geschichte kanonisch. Zuvor wurde Universalgeschichte nach der Abfolge von insgesamt vier aufeinanderfolgenden Weltreichen periodisiert. Biografie Christoph Horus Celarius besuchte das Lyceum seiner Geburtsstadt, wo sein Vater Superintendent war, und studierte an den Universitäten Jena und Gießen klassische und orientalische Sprachen, Geschichte, Theologie, Philosophie, Jura und Mathematik. Er schloss seine Studien 1666 in Gießen mit dem Grad eines Magister der Philosophie ab. 1667 wurde er von Herzog August als Professor für hebräische Sprache und Ethik an dem Gymnasium von Weißenfels angestellt. Ab 1673 war er dort Rektor. Die Qualität seines Unterrichts und seiner gelehrten Abhandlungen machten ihn bald so bekannt, dass er noch im Jahr 1673 Rektor des Gymnasiums in Weimar wurde und 1676 die Leitung der Stiftschule Seitz übernahm. Der er hohes Ansehen verschaffte, beförderte man ihn zum Rektor der Domschule Merseburg. Als der Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg 1694 die Universität Halle gründete, wurde Celarius zum Professor für Rhetorik und Geschichte berufen. Er verfasste die Statuten der Philosophischen Fakultät und leitete ab 1696 die Bibliothek und das Lehrerseminar, das August Hermann Franke gegründet hatte. Ab 1697 stand er an der Spitze des ersten deutschen philologischen Seminars und war 1697, 98. Prorektor der Universität. Da in jener Zeit der Andrang Studierender zu den philologischen Seminaren nicht sehr groß war, blieb ihm Zeit genug, sich durch eine umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit Verdienste zu erwerben. Im Dezember 1701 wurde er als auswärtiges Mitglied in die damalige königlich-preußische Sozietät der Wissenschaften aufgenommen. Werke Celarius hat der Nachwelt ein umfangreiches wissenschaftliches Euvre als Frucht seiner Lehrtätigkeit am Gymnasium und an der Universität hinterlassen. Man kann es drei Schwerpunkten zu ordnen. Eine erste Gruppe ist auf den Sachunterricht zentriert und umfasst Schriften zu Geschichte, Geografie und Altertumskunde. Die zweite Gruppe gliedert sich in Werke zur lateinischen Sprache und diente dem elementaren lateinischen Sprachunterricht. Dem gleichen Zweck diente die dritte Gruppe, die aus Editionen zahlreicher lateinischer Autoren besteht. Zur ersten Gruppe, Geschichte, Geografie und Altertumskunde zu nennen ist hier an erster Stelle ein Kompendium zur allgemeinen Geschichte, das auf einem gründlichen Quellenstudium beruhte und eine bis heute nachwirkende Bedeutung hat. 1685 hatte er bereits eine Historia Antiqua zur alten Geschichte veröffentlicht, der er dann in der Zeit seiner Tätigkeit als Universitätsprofessor 1698 eine Historia Mediaevi zum Mittelalter und 1702 eine Historia Nova zur neuen Geschichte folgen ließ. Letztere umfasste das 16. und 17. Jahrhundert. Alle drei Einzelwerke wurden erstmals 1702 zum Gesamtwerk einer dreibändigen Historia Universalis Brevita A.C. Perspicu Exposita in Antiquam, I.M.D.A.E.V.I.A.C. Novam Divisa Cum Notis Perpetuis zusammengefasst und in jener publiziert. Das Werk wird meist Historia Tripatita abgekürzt. Es erlebte zahlreiche Neuauflagen. Sie belegen, dass das Werk den Beifall der Zeitgenossen und nachfolgenden Generationen fand. Die letzte, hier in der Titelseite dokumentierte, ist die elfte Auflage mit dem Untertitel Et Nostrausque Tempora Continuate Summarisch Aucta. Sie erschien 1753 beim Verlag Richter in Altenburg mit einem unveränderten Neudruck 1765. Wirkungsmächtig wurde die Historia Universalis vor allem dadurch, dass sich mit ihr in der Geschichte der Geschichtsschreibung die Periodisierung in Altertum, Mittelalter und Neuzeit etablierte. Seitdem ist diese Einteiligung der Geschichte kanonisch geworden, sodass wir uns ohne die Periodisierung der Geschichte in alte, mittelalterliche und neuere Geschichte keine Geschichte mehr denken können. Zumindest als Verständigungsmittel sind diese Begriffe in der heutigen Geschichtswissenschaft unentbehrlich. Auch wenn sich die Einteilung nur auf den europäisch-mediterranen Raum im engeren Sinne bezieht. Sie gibt zudem eine protestantische Sicht der welthistorischen Bedeutung der Reformation wieder. Celarius' Vorliebe für die Geschichtswissenschaft und Altertumskunde offenbaren auch zwei Werke, die posthum veröffentlicht wurden. Ein realkundliches Previarium Antiquitatum Romanorum, Halle 1715, also einen Abriss der römischen Altertümer. Sowie die Dissertationes Academique Varii Argumenti, hrsg.von J. Ähnlich wirkmächtig wie die Historia Universalis waren die zwei geografischen Werke des Celarius. Die Geografia Antiqua Iux da Innova, seit jener 1687 und die Notitia Orbis Antiquisive Geografia Plenior Aborturerum Publicarum et Constantinorum Tempora Orbis Terrarum Faciem. Declarenz. 2 B.D.E. Zur zweiten Gruppe. Noch in der Zeit, als er Gymnasialdirektor in Seitz und Merseburg war, hatte sich Celarius einen Namen als Autor von zweisprachlich-stilistischen Arbeiten in der Tradition der Antibarbarie-Literatur gemacht. Cure posterioris de barbarismis e idiotismis sermonis latini, seit 1680 und Cure posterioris de barbarismis e idiotismis sermonis latini, jener 1687. In diesen beiden Schriften wandte sich Celarius gegen die zahlreichen Barbarismen und Neologismen der Spätantike sowie des Mittel- und zeitgenössischen Neulateins, die ihm bei der Lektüre der Texte aufgefallen waren. Ihm lag die idiomatisch korrekte lateinische Ausdrucksweise am Herzen, für die er sich freilich nahezu ausschließlich auf die Buchautorität der Endautoren berief. Dabei stufte er ihre Autorität gemäß der Periodisierung der lateinischen Literatur nach den antiken Metall-Weltaltern ab. In der berühmten Schrift De Latinitatis Mediee Infimilitatis Liber, Sive Antibarbarus, seit 1677, schöpfte Celarius aus Vorgängerarbeiten und beschränkte sich darauf, anhand alphabetisch geordneter Vokabelverzeichnisse vor dem fehlerhaften Gebrauch einzelner Wörter oder Wortverbindungen zu warnen. Dagegen stellte er in den Cure posterioris die auf einer eigenständigen Prüfung der antiken Literatur beruhen. Diesen verbal damenander Verzeichnisse zu Unrecht inkriminierter Wörter und Wortverbindungen entgegen. Dem elementaren lateinischen Sprachunterricht dienten drei weitere Werke. Eine Orthographia Latina ex vetus des Monumentis, Halle 1702 und als Produkt seiner Merseburger Lehrtätigkeit das Buch Latinitatis probat e exerciete Liber Memorialis, Merseburg 1689, kurz Liber Memorialis genannt. Dieses hat das Studium der lateinischen Sprache sehr gefördert. Die Schrift wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Als dritte Publikation ist ein sehr erfolgreiches kleines Vocabularium zu nennen, das oft zusammen mit einer in Deutsch verfassten Grammatik und dem Titel erleichterte Lat Grammatike Merseburg 1689 gedruckt wurde. Zur dritten Gruppe während seiner Universitätslaufbahn edierte Celarius zahlreiche lateinische Autorentexte. Neben Auswahlausgaben von Ciceros Reden und Briefen, die Plinius Briefe sowie die Historica C. Julius Caesar 1705 und Valleius Paterculus. Sämtliche Ausgaben bringen zwar keinen textkritischen Fortschritt, bieten aber in klarer Form das für das Textverständnis notwendige, neuartig sind die geografischen Karten, die mehreren Ausgaben, zum Beispiel der Displinius, hinzugefügt wurden. Auch wenn Celarius im Urteil der jüngsten Forschung nicht als originelle wissenschaftliche Persönlichkeit eingeschätzt wird, entfalteten seine kompendienartig angelegten Werke noch lange nach seinem Tod im Schul- und Universitätsbetrieb eine nicht unbeträchtliche Wirkung bahnbrechend für die Geschichtswissenschaft war und bleibt bis heute die neue Periodisierung der Geschichte in alte, mittelalterliche und neue Geschichte, die Bedeutung des Christophorus Celarius für die Geschichtswissenschaft. Vor der Historia Tripatita des Celarius galt mit mehr oder weniger wichtigen Varianten die Abfolge von Weltreichen als gängiges Ordnungsprinzip. Nach diesen wurde mehr als zwei Jahrtausende Weltgeschichte gegliedert und verstanden. Nicht nur politische und geistesgeschichtliche Ereignisse wurden chronologisch an diesem Ordnungsprinzip fixiert. Es konnte auch zum Mittel-eschatologischer Propaganda werden. In ihrer ältesten Form ist die Abfolge der Weltreiche auf drei beschränkt. Assyra Medapesa Sie liegt der Gliederung der altorientalischen Geschichte bei Herodot um die Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Noch früher bei Hellanikos von Lesbos in seinem Werk Persika zugrunde. Herodot, Vater der europäischen Geschichtsschreibung, lässt dieser von ihm dynastisch-analystisch dargestellten Epoche die Phase der Abwehrkämpfe folgen, welche die demokratisch verfasste Polis Athen gegen das Perserreich führte. Aus der Perspektive Athens bleibt die Abfolge der drei Reiche eine orientalische Angelegenheit. Erst Alexander der Große weitete mit der Eroberung des Perserreiches um 330 vor Christus das alte Denkmodell auf die gesamte zivilisierte Welt aus. Ihm folgten die Römer nach der Übernahme der Weltherrschaft spätestens seit der Eroberung des Ptolemäerreiches Ägypten durch Octavian im Jahr 30 vor Christus. Da man Meda und Perser mit ihren zwei aufeinanderfolgenden Weltreichen schon bald zu einem einzigen vereinte, galt bis zu Zellarius die kanonische Abfolge von vier Weltreichen. Dieses Konzept spiegelt sich bereits sehr deutlich in Plutarch de Fortitudine 4 p. 317f der Übergang der Weltherrschaft von Alexander auf Augustus zusätzlich noch in dem Selbstzeugnis des Kaisers wieder. Eingeführt wurde das älteste Konzept der drei Reiche in der sogenannten Achsenzeit von Kyros II, dem Großen, der die Perser von der Oberhoheit des Meda-Königs Astyages ihres Lehenzern, befreite und das persische Weltreich der Achämeniden begründete. Das geschah wohl nach der Eroberung von Babylon 539 vor Christus. Denn die Einpassung des Keilschriftfragments 2504 der NIS Collection in die Kyros Zylinder in Schrift durch P.R. Berger 1975 ist gleich Borger 1984 beweist. Kyros wird in dem bisher schon bekannten Zylindertext von dem Götterkönig von Babylon, Marduk, nach der kampflosen Einnahme der Stadt für die Weltherrschaft erwählt. Im neuen dazugehörigen Textfragment beruft sich Kyros, in dem er babylonische Traditionen umgeht. Ausdrücklich auf den letzten bedeutenden neu-assyrischen Weltherrscher Aserb Maipel als seinen Vorgänger. Dieser gehörte der Dynastie der Sargoniden an. Sie begründete seit Sargon II ihren Weltherrschaftsanspruch historisch damit, dass sie sich bewusst an das Vorbild von Sargon i von Akkadern lehnte. Er galt als legendärer Ninus Assyriorum und Sohn des Götterkönigs Bell noch römischen Universalhistorikern als erster Weltherrscher des Altertums. In der Tat hatte er von Mesopotamien, dem heutigen Irak, aus das erste Großreich der Weltgeschichte in Vorderasien begründet. Das zeitweise von Südwestiran bis nach Syrien, an den Libanon und nach Kleinasien reichte. Es gliederte sich administrativ in Provinzen mit abhängigen Stadthaltern an der Spitze. Dieser erste Zentralstaat Mesopotamiensch wurde von seinem Enkel Naramsin erneuert. Er nannte sich Gemahl der Ishtar Anunitum. In dieser Rolle setzte er seinem Namen das Gottes determinativ voran, ließ sich auf seiner berühmten Siegestähle mit der Hörnerkrone, dem Symbol der Göttlichkeit, darstellen und war der erste Herrscher Mesopotamiensch, der sich als Gott von Akkad anbeten ließ. In der späteren Überlieferung galt bereits Sagoni als Liebling der Göttin und die ganze Periode des von ihm geschaffenen und von seinem Enkel durch weitere Eroberungen noch vergrößerten Reiches als Amts- oder Regierungszeit Ishtars. Seitdem ist in Vorderasien mit dem Konzept der Weltherrschaft wie im nordafrikanischen Pharaonen-Staat Ägyptens seit Beginn des Alten Reiches ca. 2700 v. Chr. und trennbar ein Herrscherkult verbunden, in dessen Mittelpunkt der Gottkönig als Sohn und menschliche Inkarnation des Schöpfergottes steht, der von den Untertanen göttliche Verehrung beansprucht. Dieses Erbe der altorientalischen Schöpfungsherrschaft, nach welcher die irdische Herrschaft die kosmische Herrschaft des Schöpfers und Götterkönigs abbilden und sich von daher legitimieren soll, traten dann Kyros der Große und seine Nachfolger an. Sie ersetzten lediglich den Götterpantheon der Asyrer durch ihren eigenen mit Ahure Mazda an der Spitze und der Göttin Anahita als Nachfolgerin der Ishtar. Nach diesen Überlegungen ist nicht mehr verwunderlich, dass der Autor des Daniel-Buches, das zwischen 167 und 163 v. Chr. entstand. Eine seiner Weissagungen, die das Bild der Vierreiche benutzt, in die Regierungszeit Kyros des Großen verlegte. Der Reichssukzession durch Übertragung des Sitzes der hegemonialen Macht von den Asyrern auf die Peser. Von diesen auf die Griechen durch Alexander den Großen und von den Griechen schließlich auf Rom entspricht auf der Ebene der Götter die Übertragung. Der Herrschaft über den Götterpantheon von Madok auf Ahure Mazda, dann auf Zeus und schließlich auf Jupiter, als das monotheistische Christentum unter Kaiser Theodosius I. 391, 92. nach Christus zur alleinigen Staatsreligion mit Glaubenszwang geworden war, trat Christus in der Göttersukzession an die Stelle von Jupiter. Daher war, anders als in den vorausgehenden heidnischen, hänotheistischen Religionen, eine Weiterentwicklung der vier Reiche im christlichen Mittelalter und in der Neuzeit ausgeschlossen. Noch Kaiser Justinian I., der oft als letzter römischer Imperator auf dem oströmischen Kaisertron angesehen wird und der Konstantinopel zur Hauptstadt des ganzen Mittelmeerraumes als einer politischen, rechtlichen und kulturellen Einheit erhob, hatte sich zum Ziel gesetzt, das Imperium der christlichen Eukumene entsprechen zu lassen. So galt das Imperium Christianum von Kaiser Karl dem Großen seit dessen Krönung in der Peterskirche von Rom durch Papst Leo III. am 25. Dezember 800 nach Christus als Fortsetzung des römischen Weltreiches. Das wird seit Papst Innozenz III. als Trens Le Schio Imperii auf die Franken interpretiert. Die Kaiserkrönung Ottos des Großen 962 nach Christus bedeutete dementsprechend die Übertragung des römischen Weltreiches auf die Deutschen. Seit 962 entwickelte sich das Vierte Weltreich schrittweise zum Heiligen Römischen Reich. Seit dem 15. Jahrhundert setzte sich allmählich der Zusatz deutscher Nationen durch. Der Begriff Imperium Romanum ist urkundlich zuerst 1034 unter Konrad II. bezeugt. Als Sacrum Imperium wird es ab 1157 in Urkunden Kaiser Friedrichs I. charakterisiert, um in Anlehnung an das römische Kaiserrecht Justinians die Sakrale Würde gegenüber der Heiligen Kirche zu betonen. Seit dem 11. Jahrhundert wurde das Westreich als ausschließlicher Nachfolger des Imperium Romanum gesehen. Dieses war 800 durch Translésio Imperii agres et francus auf die Franken 962 durch eine weitere Translésion auf die Deutschen gekommen. Die Wendungs-Acrum Romanum Imperium bürgerte sich in Urkunden seit 1254 ein, während der Zusatz deutscher Nationen erst im 15. Jahrhundert hinzugefügt wurde, um den nationalen Anspruch der deutschen Kaiser auf das Erbe des Römischen Reiches zu propagieren. Die Translésions-Theorien bestimmten bis zum 17. Jahrhundert weitgehend die Auffassung vom Kaisertum. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation überdauerte Zellarius und wurde erst 1806 aufgelöst. So wurden mehr als zwei Jahrtausende Weltgeschichte im Bewusstsein einer inneren Einheit von Altertum, Mittelalter und Neuzeit und der Fortdauer der Weltreichsidee nach dem Vorbild eines altorientales persischen Konzepts der Abfolge von Weltreichen, mit entsprechender Sukzession im Götterhimmel begriffen. Dieses Ordnungsprinzip war an der Kontinuität und Einheit der Geschichte orientiert. Erst Zellarius gelang es mit seiner Neuenteilung der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit, das alte Ordnungsprinzip außer Kraft zu setzen. Darin liegt sein großes Verdienst, das es rechtfertigt, ihn der Vergessenheit zu entreißen und ihm ein bleibendes Andenken zu bewahren. Die Frage, aus welchen Motiven er diese alte Periodisierung durch die Neue ersetzte, lässt sich nicht schlüssig beantworten. Sicher ist nur so viel, dass Zellarius in der Einleitung seiner Historia Tripathita das alte Periodisierungsschema nach Weltreichen in der Abfolge Assyrer, Meder und Perser dem antiken Historiker Carthesias von Knidos zu schrieb, und die weitere Nachfolge im Weltreich Alexanders des Großen und der Diadochen schließlich von den Römern und dem christianisierten Weltreich des spätrömischen Kaisers Konstantins des Großen übernommen sah. Durch die Reformationsbewegung Luthers schien ihm dieses Periodisierungsschema überholt, so dass er es durch seine neue Einteilung in alte, mittelalterliche und neue Geschichte, frei von den Implikationen der Weltreichsideologie einer autoritären, christlich-katholisch geprägten Universalmonarchie ersetzen wollte. Sein Ordnungsprinzip, so unverzichtbar es heute für die Geschichtswissenschaft auch ist, betont freilich, und das ist die Kehrseite der Medaille, stärker die Trennungszonen der Geschichte. Doch führt allein die Besinnung auf beide Konzepte der Periodisierung zu der richtigen Erkenntnis, dass in der Geschichte der Aspekt der Diskontinuität des Kontrastes mindestens so wichtig ist wie jener der Kontinuität. Aus dieser Perspektive betrachtet können und müssen alte Geschichte wie mittelalterliche Geschichte als das nächste Fremde zur Moderne weiterhin einen unverzichtbaren Beitrag zu einem vertieften Gegenwartsverständnis leisten. Außerdem ist mit A. Heuss zu bedenken, dass der Gegensatz von Altertum und Mittelalter nur sinnvoll ist. Soweit sich das Römische Reich und seine Grenzgebiete erstreckten, also für Europa, für Kleinasien, Syrien, Mesopotamien, Persien und für Ägypten und Nordafrika.